Ja, wie Sie sehen, habe ich hier noch die letzten Baustellen in diesem Jahr auf dem Tisch liegen. Unser Jahr neigt sich jetzt auf dem Ende und Weihnachten steht vor der Tür, auch der Jahreswechsel und auf dem Weg nicht versäumen, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Kommen Sie gut rein, bleiben Sie vor allen Dingen immer gesund. Und dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Wir haben uns im Januar und im Februar wieder unsere Spitzkunstangebote für 79 Euro, inklusive Scheibenbächer. Wir sehen uns auch direkt Anfang Januar, vielleicht ist das auch interessant für Sie. Und ja, kommen Sie gut rüber, bis demnächst. Aufstehe, wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes Neues. Ja! 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 Ja!